Bei dieser Betrugsmasche von illegalen Callcentern wird Leuten eingeredet, sie müssten Lotto im Wert von über 500 Euro zahlen, weil sie ne Kündigung vergessen haben. Das ist natürlich frei erfunden. Was ich mich gefragt hab, wie reagiert so eine Betrügerin, wenn man so tut, als hätte wegen ihrem Abzockanruf die Freundin mit einem Schluss gemacht. Und noch interessanter, wie reagiert sie, wenn man am Ende auflöst, dass das mit der Freundin gelogen war. Kleiner Spoiler, sie war nicht gerade glücklich. Mit Herrn Arthas-Licht hätte ich gern gesprochen. Das bin ich. Von der Buchhaltungszentrale aus München rufe ich Sie an, Herr Licht. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und zwar muss ich darauf hinweisen, dass sich Ihre Laufzeit in Übereinstimmung mit den AGBs kostenpflichtig auf neun Monate verlängert worden ist. Deshalb auch die Frage, werden Sie den jetzt fertigen Gewinnspielbeitrag von monatlich 67,50 Euro per Überweisung oder mit den sicheren Lastschriftsverfahren begleichen? Ähm, geht auch Bitcoin? Bitte? Äh, was ist denn mit Bitcoin? Von neun mal 67,50 Euro. Okay. Ich sollte Sie nur fragen, wie Sie das begleichen möchten oder haben Sie das vergessen zu kündigen, das Gewinnspiel? Oh. Ich glaub, ich hab's vergessen. Aber wenn ich's begleichen muss, dann wäre mir Bitcoin am liebsten als Währung. Was ist denn da? Bitcoin? Ja. Das ist eine Kryptowährung, ähm, die ist durch Mathe, also da ist quasi, ich weiß nicht, das kennen Sie ja so Federal Reserve, ne? Hinter dem Dollar steht ja ein Echtgeldwert an Gold, den die an Einlagerungsprozent haben. Und bei Bitcoins ist der Echtwert dahinter Mathe, also, ähm, da ist zum Beispiel jetzt 50 Bitcoin ist zum Beispiel das Pluszeichenwert, das heißt, wenn man jetzt in der Mathematik das Pluszeichen besitzen will, dann muss man nur 50 Bitcoin bezahlen und dann gehört es ein. Aber es ist ja so, Herr Licht. Ja. Ich sehe nur zwei Varianten, entweder per Überweisung oder abbuchen lassen. Achso. In Euro natürlich. Sie nehmen keine Bitcoins? Nein, also, äh, das liegt ja nicht in meiner Hand, wir sind ja hier in Deutschland, Herr Licht. Ja. Das heißt, äh, es gilt natürlich nur der Euro, äh, aber ich hab mal ne Frage, wollten Sie das denn kündigen? Was denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, um ehrlich zu sein. Herr Licht, es geht jetzt hier bei Ihnen um die Gewinn-AG, Deutschlands größter Gewinnspiel-Hauptkonzern, wo Sie seit drei Monaten kostenlos hier registriert waren und weil keine Kündigung eingereicht worden ist, hat sich das kostenpflichtig auf neun Monate verlängert. Oder wissen Sie nichts? Nö, davon weiß ich nicht. Achso. Also, wenn das so ist, Herr Licht, dann kann ich Ihre Verwunderung vollkommen nachvollziehen, weil laut den Unterlagen, die ich ja jetzt hier liegen habe, bin ich ja davon ausgegangen, dass Sie sich das Spiel ja sogar selber ausgesucht haben. Nö, das letzte Spiel, was ich mir ausgesucht habe, war, ähm, Hello Kitty, das große Insel-Abenteuer. Da hab ich das 400, ähm, extra Sterne-Pack gekauft, um die geheimen Level im Wald des Lachens freizuschalten. Okay. Äh, aber haben Sie denn mal so zum Beispiel wie an ein Lotto-Gewinnspiel mal teilgenommen, Herr Licht? Ich hab mal so vor zwei Jahren so ne Abreibekarte für Lotto gekauft, da hab ich zwei Euro gewonnen. Ja. War das das? Nein, das hat jetzt, das kann natürlich dadurch ausgewiesen sein, muss aber nicht unbedingt, weil da ich gerade hier unabhängig von den Gewinnspielunternehmen Ihre Akte bearbeite, sehe ich, dass Ihre Daten auch schon länger im System aktiv sind. Das heißt, im Moment darf jede Firma Ihre Daten auch verwenden. Wissen Sie denn, wie das Ganze bei Ihnen zustande gekommen ist? Nee, aber steht da seit wann ich genau in Ihrem System bin? Also wie ich hier sehe, Herr Licht, wir sind ja auch nicht das Gewinnspielunternehmen persönlich, wir sind ja eine unabhängige Buchhaltungszentrale. Wie ich hier sehe, waren Sie jetzt die letzten drei Monate kostenlos registriert gewesen. Danach wurde es auf weiteren neunmal 67,50 Euro verlängert ab dem 7., also ab dem Juli, da keine Kündigung eingereicht worden ist. Aber ich würde Ihnen gerne erstmal kurz die Hintergründe erklären, warum Ihre Daten überhaupt im System aktiv sind, sodass Sie wenigstens Bescheid wissen und deinesprechend richtig dagegen vorgehen können, gerade weil Sie auch innerhalb der nächsten fünf Werktage die Forderungen ja auch schriftlich erhalten werden. Ja, das wäre ganz lieb von Ihnen, weil ich blicke hier gerade überhaupt nicht durch. Also ich bin total geschockt jetzt, es ist erst einmal mein Blutkreislauf, es ist schon nach Australien ausgewandert. Das wollte ich jetzt natürlich nicht, aber Sie haben ja sicherlich mitbekommen. Haben Sie aber. Also ich kriege gleich einen Herzinfarkt und einen Herzschlag und eine kardiovaskuläre Störung, die kommt auch noch morgen. Und Epilepsie, das wird jetzt alles wieder schlimmer. Herr Lich, Sie haben doch sicherlich schon mal mitbekommen, dass ja Telefonwerbung deutschlandweit bis auf eine Ausnahme ja verboten ist. Das wissen Sie doch sicherlich, oder? Das darf niemand außer RTL, ne? So Galileo-Gewinnspiel, wo man da mitmachen kann für 50 Cent überteuert und eh nichts gewinnt. Nein, nein, das hat nichts damit zu tun, weil es kam ja ein neues Gesetz raus. Zwar ist das nicht neu, aber im Jahre 2009, da dürfen nur noch die Verbraucher angerufen werden, bei denen eine schriftliche Willenserklärung, also eine Zustimmung vorliegt. Achso. Und Sie fragen sich ja jetzt sicherlich, wann und wie man sich überhaupt so eine Zustimmung sich von Ihnen eingeholt hat, nicht wahr? Ja, weil ich kann gar nicht schreiben. Sie können nicht schreiben? Also nur so, ich bin halt blind, ne? Ich kann nur in Barrelle tippen. Achso, Sie sind blind? Ja. Okay, dann werde ich das so weiterleiten, Herr Lich, dann hat sich das für Sie geregelt, ja? Dankeschön. Das war ein Witz. Ich bin nicht wirklich blind. Sorry, meine Witze kommen manchmal nicht gut rüber. Ich bin bloß, ich bin gerade in einer sehr stressigen Situation und dann versuche ich da mit Humor umzugehen. Verstehen Sie? Sie sind nicht blind? Nein, das war ein Witz. Das war sarkastisch, ironisch. Achso. Das hat uns nicht rausgehört. Also ich habe das jetzt nicht mitbekommen, Herr Lich. Oh Mensch. Sorry, tut mir leid. Ich bin bloß immer, wenn ich Stress kriege, weil Sie machen mir gerade schon ziemlich Angst. Ich weiß, dass Sie das nicht wollen, aber dann muss ich immer Witze machen, weil sonst komme ich da mit mir selber nicht mehr klar. Verstehen Sie? Okay, okay. Hier ist es so, Herr Lich, um an diese notwendigen Zustimmungen der Verbraucher zu kommen, nutzt man dafür ganz geschickt die AGBs aus, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, noch besser bekannt als das Kleingedruckte. Und das hat wiederum auch einen ganz bestimmten Grund, gerade weil sich ja kein Verbraucher das Kleingedruckte wirklich richtig durchliest, wird so ein vermeintlich gutes Geschäft im Nachhinein leider auch zu einer Kostenfalle. Oh, das ist ja gemein. Richtig. Und vor allen Dingen sollten ja diese AGB den Vertrag ja zwischen Unternehmen und Kunden regeln. Egal, ob sie an Gewinnspiele teilnehmen, wenn sie zum Beispiel Zeitschriften abonnieren, den Stromanbieter wechseln, Handyverträge abschließen oder einfach nochmal den Sommerurlaub buchen. Letztendlich ist ja ein Vertrag auch ein Vertrag. Ja, ich habe letztens die Zeitung gewechselt. Ich bin von der Playboy zur Playboy Extra gegangen und da habe ich glaube ich auch irgendwo AGBs, ab so einen Haken muss man da setzen, bei den AGBs. Richtig. Richtig. Ansonsten kommen sie nicht weiter. Das ist immer noch diese, ne, früher, da haben die Alliierten gedacht, hey, wir treiben den Deutschen die Haken aus. Nein, man muss immer noch beim Vertrag seinen Haken setzen. Das finde ich ziemlich anti-zionistisch von denen. Aber es ist ja ehrlich, das sind ja vorformulierte Vertragsbedingungen der Firmen, die sie als Verbraucher akzeptieren müssen, ansonsten kommen sie ja mit keiner Firma erst ins Geschäft. Genau. Das ist ja, die Klingeln ja quasi. Das ist ja, da ist man ja quasi Sklave wieder. Ja, und umso ärgerlicher ist es ja leider, wenn diese Klauseln auch noch mit fiesen Fallstricken gespickt sind. Auf diese Weise kann man nämlich den Verbraucher beliebige Klauseln unterjubeln, die man ja freiwillig niemals akzeptieren würde. Ach stimmt, das habe ich mal im Radio gelesen. Da war es irgendwie, da hat jemand einem so eine Klausel, die heißt irgendwie Santa, ne? Kennen Sie das? Nein. Die Santa-Klausel? Nein? Okay, das habe ich mal im Radio gesehen. Okay. Also hier ist es letztendlich so herrlich, Sie haben in der Vergangenheit bei irgendeiner Teilnahme oder einer Bestellung das Kleingedruckte überlesen oder nicht so richtig beachtet. Weil somit haben Sie denen unbewusst aber auch die Erlaubnis gegeben, dass Ihre Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und sogar Geburtsdatum unter allem an Dritte weiter vermittelt werden dürfen. Weil erst daraufhin durfte man dann Ihre Daten letztendlich auch für Werbe- und Verwendungszwecke nutzen. Können Sie sich das denn jetzt auch in etwa erklären, Herr Dich, wieso so viele Firmen sich so einfach auch ohne ihr Wissen sich an ihre Daten auch bedienen dürfen? Ja, das ist, aber das was sie machen, das macht Sinn, weil ich glaube, es haben ganz viele Firmen meine Daten, weil ich kriege auch andauernd Anrufe. Also von Leuten, die mich irgendwie betrügen wollen mit irgendwelchen komischen Sachen, die ich gar nicht bestellt habe und so. Das hat ja nichts mit Betrügen zu tun, Herr Dich. Wenn Sie eine Zustimmung erteilen, dass man Sie anrufen und bei Gewinnspielen auch eintragen darf, dann tut man das ja letztendlich auch. Und vor allen Dingen hat man Sie mit Ihrer Zustimmung bewusst im Internet bei mehreren kostenlosen Gewinnspielen eingetragen. Das hat zwei Gründe. Erstens, man braucht bei Internet-Gewinnspielen den Verbrauchern ja auch erst bei einem kostenpflichtigen Vertrag zu benachrichtigen. Was ja der eigentliche Zweck meines Anrufes gewesen ist. Aber da Sie auch nichts von dem Eintrag wussten, haben Sie ja somit auch die Kündigung versäumt und das Spiel wurde so automatisch kostenpflichtig. Verdammt. Und da kann ich jetzt nichts machen? Da muss ich jetzt einfach die neun Monate zahlen? Oder wie ist das? Also richtig gesehen, Herr Dich, würde ich Ihnen ja auch wirklich gerne sagen, dass das Ganze ja bei Ihnen ein Fall für den Anwalt ist. Nur wenn da halt nicht ihre Zustimmungen vorliegen würden und der Vertrag ja aus Unwissenheit entstanden wäre. Aber Sie wissen auch, dass die Unwissenheit leider nicht vor Strafe schützt. Und deshalb ist die Aussicht auf einen Erfolg im Fall einer Gerichtsverhandlung so gut wie ausgeschlossen. Und mittlerweile sind ja auch schon der Verbraucherzentralen die Hände gebunden, weil derenseits alle rechtlich erforderlichen Bedingungen auch erfüllt worden sind. Aber... Ja, welche Voraussetzungen macht die Verbraucherschutzzentrale da denn? Weil von denen habe ich schon mal was Schlechtes gehört, dass die da überhaupt gar keine gescheiten Voraussetzungen liefern? Oder wie ist das? Was meinen Sie mit Voraussetzungen? Sie haben gerade gesagt, es sind alle Voraussetzungen vom Verbraucherschutz erfüllt. Welche Voraussetzungen sind das denn? Nein, nein, ich sagte ja, der Verbraucherzentrale sind die Hände gebunden, weil von den Gewinnspielunternehmen ja alles auch rechtlich eigentlich nachweisbar ist. Dass man sie ja nicht gezwungen hat, die AGBs zu akzeptieren, sondern die immer mit dem Vorwand akzeptieren, dass sie alles durchgelesen und mit allem ja einverstanden sind. Deswegen kann die Verbraucherzentrale da auch leider nichts machen. Gar nichts. Man konnte sich aber nach zahlreichen Beschwerden bei den Verbrauchern, die sich die neunmonatige Laufzeit vom Finanziellen her nicht leisten können, auf eine Kostenminderung einigen. Nach dem Paragrafen 312d Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches. In Ihrem Fall wäre nur noch entscheidend... Welcher Paragraf hat es? 312d? D wie Dora, Absatz 3. EGB. Im Bürgerlichen Gesetzbuch. Genau, das ist eine Kostenminderung, Herr Lich. Wenn Sie halt sagen, Sie können sich das vom Finanziellen her die neun Monate A67, A50 nicht leisten. Eventuell dürften Sie dann von dem gesetzlichen Kündigungsrecht noch Gebrauch machen. Ich muss aber dazu auch erst im System nachschauen, ob die Umtragung noch möglich ist oder was das genau für Sie bedeutet. Das heißt, ich würde jetzt erstmal die Unterlagen beim Überhalten mich im System über ein Sachverhalt informieren. Kann ich Sie ungefähr in den nächsten 20 Minuten telefonisch nochmals erreichen? Also ich muss so eine halbe Stunde, fahre ich weg und dann bin ich erstmal zwei Wochen lang weg. Das heißt, dann müssen Sie sich wirklich beeilen. Ich habe nicht so viel Zeit mehr. Können Sie es nicht jetzt schnell nachgucken? Ich mache es so herrlich, ich werde mich mal schnell informieren und mich ungefähr fünf bis zehn Minuten melden, ja? Ja, das wäre gut. Also beeilen Sie sich, weil sonst bin ich weg und dann muss ich es für neun Monate nehmen. Das wäre ja doof. Okay, dann haben Sie gar keine Handynummer? Ich habe nur ein Firmenhandy, die Nummer darf ich nicht rausgeben. Okay, dann melde ich mich gleich nochmal, fällig, ja? Ja, vielen Dank. Tut mir leid, ich wusste das wirklich nicht mit den Beendungen und so. Das hat mir niemand gesagt. Richtig, und deswegen wissen Sie jetzt wenigstens Bescheid, aber ich werde mich erkundigen und mich ungefähr in fünf Minuten melden, ja? Okay, danke schön. Bitte, bis gleich, tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo, Herr Licht. So, Herr Licht, hören Sie mich denn? Ja, ich höre Sie. Weinen Sie gerade. Ich habe das gerade meiner Freundin erzählt und sie hat Schluss gemacht. Was? Wegen sowas? Ja. Also das ist doch kein Grund, um Schluss zu machen, ich bitte Sie. Ich habe jetzt eine gute Nachricht für Sie. Ich werde Sie, ich kann Sie... Herr Licht, hören Sie mir mal bitte zu. Ich glaube, Sie hast... Ich habe da nichts falsch gemacht. Sie hat mir gesagt, dass das irgendwas mit AGBs war, aber sie hat gesagt, sie will jemanden, der zuwelle sogar ist. Herr Licht, also schauen Sie mal, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich kann Sie komplett rausnehmen, das werde ich auch tun, ja? Ja. Okay, das können Sie dann auch Ihrer Freundin berichten. Ich habe es hier vermerkt, dass Sie auch wirklich nichts davon wussten. Sie wissen jetzt wenigstens für die Zukunft Bescheid und können sich auch vor solchen Machenschaften schützen. Und ich werde es hier so weiterleiten. Sie sind hier komplett dann raus. Es hat sich für Sie geregelt, okay? Okay. Dann rufen Sie am besten mal Ihre Freundin an und berichten Sie ja auch die gute Nachricht aus, dass sich das sowieso alles... Oder sagen Sie am besten einfach, dass das jemand anders war. Der Geburtsdatum war nicht richtig oder so, können Sie ja sagen. Dass doch ein anderer Mann Arthaslich hieß. Allerdings war der zum Beispiel 1960 geboren. Das können Sie ja sagen, dass das nicht um sich gehandelt hat. Dass Sie nicht die zuständige Person dafür waren. Ja, es gibt so jemanden aus meiner alten Klasse, der heißt Illidan Sturmwind und der hat eine Freundin, die heißt Tyrande Whisperwind. Und die haben mich schon mal mit sowas ähnlichem verarscht. Ich kann ja sagen, die und Jaina Proudner haben sich zusammengetan, um mir das anzutun, dass es nicht meine Schuld war. Okay, dann machen Sie das am besten so, Herrlich. Aber wie gesagt, hier hat sich das dann auch für Sie geregelt, okay? Okay. Alles Gute dann. Tschüss. Tschüss. Warten Sie noch kurz. Bitte. Es gibt gar keine Freundin und ich weiß, dass das ein Betrugsversuch ist und dass ich Ihnen garantiert nichts zahlen muss. Aber ich finde es schön, dass Sie wenigstens ein gutes Gewissen haben und nicht solche arme Leute abzocken. Vielen Dank. Bitte, ich habe Sie nicht verstanden, Herrlich. Sie haben den Test bestanden. Finde ich gut, dass Sie wenigstens ein Abzocker sind, aber keiner komplett ohne Gewissen. Oh Gott, Herrlich, geht es Ihnen eigentlich noch gut? Ja, mir geht es sehr gut. Ich habe gar keine Freunde. Was heißt hier, dass Sie Abzucker sind? Das ist ja echt unverschämt. Nö, das war ein Test und Sie haben bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nur ein bisschen ein schlechter Mensch, nicht total schlechter Mensch. Okay, die Rechnung für die neun Monate werden Sie schriftlich bekommen, ja? Ich heiße ja nicht Arthas Licht, deshalb ist mir das ziemlich egal. Okay, die Rechnung werden Sie trotzdem bekommen. Das Ganze wurde auch aufgezeichnet, damit Sie Bescheid wissen. Ja, ich habe auch alles aufgezeichnet und werde sie ins Internet stellen. Diese Woche habe ich noch einen Anruf für euch mit einfach Manuel. Da waren wir zu zweitem Anruf, aber haben so getan, als wäre einer aus irgendeinem Grund immer kurz weg, obwohl er weiter zuhört. Erster Link in der Beschreibung ist auf jeden Fall echt lustig geworden. Dieser Betrug mit dem Lotto funktioniert, weil nur ein kleiner Teil der Bevölkerung weiß, wie er funktioniert. Und dagegen will ich was unter anderem mit diesem Video machen. Deshalb bitte teilt dieses Video. Damit helft ihr mir und den Opfern und schade den Betrügern, da es pro informierter Person natürlich einen weniger gibt, der darauf reinfallen könnte. Das war's für heute.